So, Shootmania Folge 3, ähm, Royal Battle, so, yeah, ich hab die aktiviert, lol, boah, uh, oh, ich bin lila, oh, quill aus, wow, uh, die Offsetchen kommt schneller, näher und so, aah, den hab ich nicht gesehen, Also, irgendwie bin ich gesprungen, also immer, habe ich immer noch ein bisschen, ja, ping und so. Oh, Start. Ja, okay. Plus 10 Punkte. Ich bin 10. Platz, woo. Ja, es leckt immer noch bei mir, dass ich... So. So, warm, 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 warm. Ja, das, ähm, ja, diesmal aber um 720p, genau. Genau, keine Rände mehr am Rand. Sind denn die alle, hallo? Wo? Von hinten, da hast du einen Spaß, die. Na, egal, noch die beiden. Ja, das Spiel ist nicht einfach. Komm, mach dir ne. Wie gesagt, es läuft ja nicht flüstig bei mir, mit Aufnahme. Los! Wie wir alle rumhüpfen. So. Hm, ja. Und? Scheiße. Wie soll ich jetzt hier hochkommen? Warum aktiviert die denn kein Schwein? So. Keine Ahnung. Oh, hat der mich weggepasht. Oh, lol. Von hinten, ey. Oh, ich kann Katzen, warum bin ich ne Frau? Hä? Okay. Rang 22.500. Ich weiß nicht, was ich dafür gerade sagen soll, gerade. Okay, uh, schneller, mach das hin. Okay. So, jetzt ist die angekommen, die Aufsitzung. Jetzt battlen sich wieder die grün und rot. Ey, grün und rot battlen sich immer. Der ist gut. Der ein AIMBot bestimmt. Und weiter und wieder die Aufsitzung aktivieren. Lol, ich kann... Ey, der grüne kommt immer und der rote. Hm. Das ist eine kleine Spastis. Aha. Hallo? Wie schreibe ich... Na, ich kann nicht schreiben, wenn ich nicht... ...dring bin. Ähm. Hm. Plus 11. Toll. Ja, das ist doch ein Bullshit, ey. Hier, dieser Speedbreaker ist das, glaube ich, der immer gewinnt, der ist. Oh, er hat einen hohen Rang, ne? Also. The Killer, Deutschland... Oh, zwei rote, warum? Äh, ne? Ey, 3 war 76. Schon wieder. Ja, ist jetzt der erste Platz. Toll. So, wieder rennen. Rechtsklick ist das übrigens. Alter. Die Waffen laden sich so lahmarschig nur auf immer. Das ist doch scheiße. Ma. Ich mach die Offset-Zone und krieg niemanden getötet. Das ist doch Bullshit, ey. Ich versuche jetzt mal, die Offset-Zone nicht zu machen, aber ein paar wegzubaschen. Pass auf! Schneller Lorcas, du schaffst es! So. Siehste? Oh, äh, Aaron. So, vielleicht hier ein bisschen cheat'n und so. Okay. Oh, geh doch weg da. So. Fresse! Halt's Maul! So, den hab ich weggemacht. Weg, 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 weg. Ich hab jemanden eliminiert. Hammer. So, ich bin Platz 6. Du, wuh! Wie viel musst du denn noch? Willkommt runter. Ja, von hinten! Ne, warum kommen die mal von hinten, diese Spasskis? Das hat doch nichts mit Skill zu tun. Das hat gar nichts zu tun. Los, jetzt! Not hinne! Schneller, 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 schneller. Ich will einen anderen Modus spielen. Eigentlich. So. Survival! Wo bin ich? Oh, lolololololo! Ey! Toll! In's, hä? Camper Pro, warum Camper Pro? Ich hör mal auf, hin zu schreiben, die nerven voll. Alter! Tee? Tee? Ja, ja, ja. Looos! So, wer ist denn... Uh, kacke, kein Deutscher. Speed Breaks! So, Gummi-Drops. Und... Los, 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 los! Ja, ich... Wie gesagt, 20% Rabatt kriegt man, ne? Also... Ey! Höch! Ich... 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 Ich drehe zu viel. Scheiße! So, ein paar weggebracht. Boah, so. So, zweimal getroffen. Na! Nein! Ach, komm! Der Lauf war doch viel besser jetzt. Guck mal, wir... Ja! Los, los, los! Wer ist denn noch alles? Uh! Go! nur Kürtel 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 Kommt schafft es der Herkunft Kürtel und schafft das Schoppel ist los jetzt Germany verloren das Spiel macht richtig Laune und so wenn es mit meinem PC noch ein bisschen flüssiger laufen wird als ohne Aufnahme habe ich 40 FPS na ah ah geh mir nicht auf den Sack man jeder will die gewinnen ja also nicht so a 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 jetzt wird es gemacht so Laune das ist Gels Priefer's bis los so 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 da um ist ich wollte noch bequetschen ich halte nicht leckte ich gehe wegkunden mehr vor den Staten ich hab die da aktiviert los scheiße meine Maus packt wiederum wo so ich lauf hier ein bisschen rum hallo da kommt der Spasti so die Menschen sagt das scheiß ist die gewinnt so oft ne ja fünfter Platz so ähm lau geht mich auf den Sack boah und ich nicht ah nein war das schlecht bei der Maus packt zurück und wie grad Online, wie kann man sich denn, hä? Ne, da ist eine Online-ID 343 Oh mein Gott Platz 5 Ich bin Mr. Rarang als Lorca Los, los, los Ah, Lorca ist noch drin F.T.V Los Los, 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 los Ah, Lorca ist leider raus, das ist scheiße Schon wieder dieser Speedbreaker X Was das für ein kleiner Cheetah so So Hat das Rennen gewonnen Toll Egal Ähm Ich würde sagen Da die Map jetzt gewechselt wird Ist das mal ein perfekter Anfang Um mal Aufnahmestopp zu machen Tschüss Leute Äh Sphärs